Wie viele Uhr? Wie viele Personen? Hallo, hier meldet Sie der Wirt der Kreilinger Brauerei. Und ich verspreche Ihnen, dass wir auch in Zukunft gerne für Sie da sind. Wir bedienen Sie im Restaurant und beim trockenen Wetter auch auf der Terrasse. Im Biergarten finden Sie ebenfalls alle Schmankerl und Getränke. Und in unserem Kinderparadies schmeckt es, während Ihre Kinder spielen. Wir haben noch einmal die Sicherheit verbessert. Alle Tischabstände sind optimal. Jeder kann sich sicher fühlen. Die Lüftungsanlage im Restaurant arbeitet perfekt. Speisen und Getränke können Sie über unsere freies WLAN anschauen. Am schnellsten über den QR-Code. Bezahlen natürlich auch bargeldlos. Verwenden Sie dazu unsere praktische Gutscheinkarte. Sie besuchen uns sicher mit aktuellem Mundschutz. Essen, Trinken und Unterhaltung mit Abstand natürlich ohne Mundschutz. In der Kreilinger Brauerei finden Sie ausreichend Platz, um sich wie zu Hause zu fühlen. Meine Familie und mein großartiges Team garantieren Ihnen das. Wir sind gerne für Sie da. Servus, grüß euch, habi diri. Wir sehen uns. Musik 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 Vielen Dank.